Jo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute gibt es wieder Rainbow Gameplay, allerdings nicht die Challenge, die in den Kommentaren vorgeschlagen wurde. Ganz einfach, weil ich entweder rausgeworfen wurde oder nur Scheißrunden kamen. Ja, und da mir keine Challenge eingefallen ist, ist heute einfach mal ein Stück normales Gameplay. So, erstmal hier alles dicht machen, ist ja klar. Ja, halt, halt, halt. Ich würde... Was war das jetzt? Warum habe ich mich aber hier in den Licht? So, schack vorder. Falls da einer reinkommt, wird er sich freuen. Und selbstverständlich kommt hier auch noch eine hin. Och, geh doch jetzt mal weg. Ich hau dich. Der kotzt mich an. So, zack. Wende natürlich nachschubt. Zumachen, damit man sich richtig schnell gammeln kann, ist ja klar. Und dann warten, bis deine Freunde kommen. Nicht, solche wolltest Kanonfutter spielen oder wie. Na gut, dann war es er halt, ne. Passiert. Irgendwie an den Raum drin. Beruhige dich doch mal. Nicht so aggressiv hier. Meine Güte. Der ist, glaube ich, genau neben mir. Nein! Doch, Mann. Komm, Doc. Ich glaube an dich. Du schaffst das. Übrigens, falls ihr euch fragt, was er gerade macht, der wärmt sich erstmal auf. Na gut, der ist dort. Dem ist nicht mehr so... Ja. Hm. Klasse Leistung. Habe ich euch eigentlich schon gesagt, dass ich auf dieser Map nicht klarkomme? Ja, irgendwie sag ich das bei jeder Map. Na egal. Augen zu und durch und dann alle wegballern. Irgendwo unten gammelt einer rum. Geh runter. Was abknallt und dann weiß ich, wo er ist. Er kriegt einen Kill. Oh, doch nicht. Gerade. Kann das irgendwer aufsprengen? Geht das? Kann das einer? Arren, irgendwie? Easy going, Leute. So macht das ein Profi. Ja, easy. Gegner neutralisiert. Eigner Druck erfolgreich. So, dann nehme ich einfach mal Mute und Ferch. Gibt es hier irgend so ein Dings durchfahren für die Drohnen? Was ist das hier? Wo stehe ich hier auch nochmal so ein Teil hin? Na, komm zu Papa. Kommt rein und kommt zu Papa. Pass auf, Gegner. Renn einfach mal rum und wird vom Kapkaner halb in die Luft gejagt und fertig. Ach, schade. Hätte ja klappen können. Na, wollte ich nicht um die Ecke gucken. Oh Gott. Das wäre beinahe schief gegangen. Und tschüss. Was? Wie viel AP hat der noch? Och komm, als ob. Das war's mal wieder komplett. Ich kenne die Map immer noch nicht. Hallo? Oh, okay. Scheiß auf alles. Einfach Rinder und dann einfach alle wegballern. Hatte schon mal funktioniert. Ich glaube, das finde du mir, die da reinzuspringen. Also lasse ich es mal lieber. Und zack, auf damit. Nein. Och Mann. Na los, Recruit, du schaffst das. Ja, okay. Oh, der auch schafft es. Ist ja eigentlich egal. Guck mal, so als Überfrage. Welches Level hat denn der Recruit überhaupt? Level 2. Ja, okay. Das erklärt so einiges. Wenn ihr einfach mal ein Headshot dran tut, oder? Eigentlich glaube ich auch ganz lustig, oder? Bitte Capgum jetzt nur um die Ecke. Da kannst du mein Team mit auslachen. Nee, traut euch nicht. Schade. Wo laufe ich denn hier überhaupt hin? Ich weiß auch nicht. Vielleicht kannst du mir ja mein Team erklären. Also hätte ich jetzt gegen Fuse gekämpft, ne? Ich hätte mich richtig verarscht gefühlt. Weil so viel HP wie der noch hat. Was Recruit, Fisch wird da rein da. Mehr wirst du eh nicht gebrauchen. Na gut. Mehr kann man mit mir auch nicht machen, aber das ist eine andere Geschichte. Oh, ich bin runtergefallen. Goi, der hat mir mein Kill geklaut. Ah ne, das war an der Unterseite. Pult ist schon wieder weg. Ach ne, der hat sich da in die Ecke verkrochen. Ja gut. Easy going. Der hatte keinen Bock mehr zu uns zu kommen. Der wusste schon, dass er sterben wird. Die Ecke. Ja gut. Das war's. Ja gut. Oh, ich bin na auch. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020